Ja, hallo alle von Mein Herz lacht. Manchmal steht man mitten im Regen im Leben und muss auch alles wieder in Gang setzen, was so sich im Betriebsmodus schwer tut. So ist das mit unserem Leben auch, deshalb bin ich gerade in meiner Autogarage. Und ich habe gedacht, jetzt nutze ich die Zeit ganz spontan, um einfach mal Danke zu sagen für euch, die Mamas, die Papas, für Gail, für Sandra, für Claudia, für Christina, für alle, die da irgendwie bei Mein Herz lacht tätig sind. Warum? Weil ich selber gemerkt habe als euer Coach in den Webinaren, wie mega gewinnbringend, mir fällt gar kein besseres Wort ein, wirklich gewinnbringend, das auch für mich ist. Es ist nicht immer schön, die Themen mit euch zu bearbeiten, aus einem einfachen Grund, weil ganz viele von euch in sehr, sehr schwierigen und herausfordernden Situationen stecken. Das ist so wie in der Autowerkstatt, wenn man versucht, etwas in Gang zu bringen. Und ich kann nur sagen, es ist aber schön mit euch, genau diese Momente dann als Highlights zu erleben, euer Vertrauen zu genießen. Denn ihr vertraut mir eure Biografien an, ihr vertraut mir euren Kummer, eure Sorgen an, ich spüre eure Trauer, ich spüre eure Ängste. Und dafür möchte ich einfach mal Danke sagen. Ihr seid so tolle Menschen, so tolle Frauen und Männer und ihr habt so tolle, besondere Kinder. Mit all dem, das weiß ich, auch wenn ich selber nicht in der Situation bin, aber mit all dem, was ihr da aushaltet, was ihr organisiert, was ihr auf die Reihe bringt. Ihr seid echt klasse. Schön, dass es euch gibt. Und bitte werdet, die ihr werden könnt. Bleibt nicht einfach bei dem stehen, was ist. Immer weiter gehen. Ciao, euer Rainer. Ciao, euer Rainer.